hallo meine lieben hier ist der alfred bischof der liedermacher aus radlberg ich hoffe es geht euch gut es ist heute so grausig gruselig so vorgeschmack auf den winter also man könnte nicht meinen wir sind gerade im anfang august aber ja wir nehmen wie das wetter halt kommt es nutzend es bleibt ja nichts übrig oder ich möchte euch informieren dass diesen donnerstag das ist ja genau der zehnte august spiele ich live ab 18 30 im ballast in hornings es einfach ja wie heißt es gemütlicher abend im ballastgarten mit etwas pep und diesmal habe ich wirklich pep dabei denn ich nehme oder es spielt mein kollege der jürgen mit seinen percussion instrumente mit das müsst ihr euch ansehen denn so ein gestell wie er dort hat das hat nie jemand gesehen das eigenbau also echt klasse ja und zu zweit ja machen wir hier wirklich super tolle musik also es würde uns sehr freuen wenn ihr vorbeikommen diesen donnerstag ab 18 30 im ballast in hornings ich wünsche euch alles liebe euer alfred der liedermacher aus österreich aus radlberg tschüss fortschied es ist es ist mental nicht es ist mich